Ich bin davon ausgegangen, dass er zum Training kommt. Ich hätte auch keinen Grund gewusst, warum er nicht kommen sollte. Vorbereitung auf nächstes Spiel. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass er ein Charakter ist, der richtig stur ist. Ich glaube, dass er einsichtig ist, dass er das schon verstanden hat. Mal schauen, wie er in den nächsten Tagen damit umgeht. Ich spiele beim BVP, ich bin beim Training und deswegen bin ich in der Planung fürs nächste Wochenende dabei. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er außen vor ist, sondern auch das ist ein Teil einer Entwicklung, dass man Persönlichkeiten und Charaktere in irgendeiner Form ganz einfach zulässt. Jeder ist ein wenig anders, jeder hat seine Eigenheiten. Töne Beziehung Beziehung Beziehung